hallo und herzlich willkommen zurück zu minecraft johann johann und wir sind immer noch bei der musik nun ist noch alles vor vorn machen aber gerade der server abgeschmiert ist die größte Prozent stelle dies wieder wenn nur noch nicht das schöne bambus aber kein Ding von mir wäre es nicht anders gewesen uns muss ich die DSS wieder finden doppelt zu viel Glück er haben noch doppelt mal so noch mal an und war alles klar hell aber die blöden Dias wieder zu finden aber hier waren auch so lange essen vor allem es waren neun Dias Leute altes das ist ja viel neun Dias sind viel du weißt ja wo die sind na mal sehen ich will es halt nicht so genau sonst muss ich noch mal in der Aufbau scheißer wie viel Holz hast du? was habe ich? wie viel Holz hast du? oh oh acht Bretter und einen Stamm ist doch gut das ist gut das reicht doch nein fuck ich weiß nicht mehr wo die Dias sind oh oh Creme ist gar nicht drin gg alles klar gut dann kann ich ja noch mal in der Aufnahme gucken äh wo ich die Dias mit habe äh wo ich sie gefunden habe ich helfe dir helfe dir änderst du dich noch an diesen Stein hier? warte ne die sind keine Dias ich war einfach nur irgendwie rum äh äh weißt wo die sind? ja die müssten jetzt gleich kommen in 1 2 3 Sekunden und hast du sie? ne die sind weg die sind despawnt hm die sind weg geht gar nicht doch ist aber so die sind nicht mehr da ich hab in der Aufnahme gelegt äh warte ne warte stopp 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 ich glaub ich hab sie gefunden ja oder? nein lass mich ich werd nicht schlagen ich werd nicht schlagen warte mal weißt wo das in der Nähe zufälligerweise dass hier in der Nähe ein Stein war dieser Stein ja warte mal ich muss die wieder finden ah ich hab Eisen gefunden das Eisen kennst du ja auch die sind hier irgendwo sagen wir ich nenne die Folge wer sucht wer findet hey so ein scheiß aber auch ich glaub glaub ich ich war mir immer hier rum wie gesagt wer sucht wer findet ich find's nicht wie ich jetzt hier kümmern so einfach mal ich hab die aus du hast sie? ja ich hab die was ab alle neun? ja alle neun sehr schön ich hab wirklich die neun die waren die Leute ich hab keinen Fallschraben bekommen nice aber warte in die Richtung waren keine mehr dann kann ich mich jetzt in die Richtung graben ja warte jetzt mal was hast du gemacht? das sind die Dias wo hast du sie hingeworfen? zu dir achso hab sie nice weil ich pack sie in die Enderchist die Fastbücher mal äh Fastbücher mal äh Fastbücher jetzt haben wir schon Fastbücher das Überleben auf jeden Fall geht's aus jetzt haben wir schon 10 Dias ja gleich ich hab 10 alter OP Rüstung Willkommen und dann gehen wir gleich zu Partix und Giga und ficken ihn an warte mal ich hab's gute Idee ich mach's aber noch Bücher und dann richtig hart schärfen ich hatte gute Idee wir machen nur eine Rüstung die Rüstung das ist also doppelt so viel also mach mir so wir fassen aber eine Bücher auf Projection also dass man Projection 2 auf NIT auch so machen kann ja man lieber nicer Plan und dann machen wir schärfe 4 auf Tierschwerter wieso lass ich eigentlich diese Scheiße hier noch laufen oh ich hab 10 Eisen das ist sehr sehr schön vor allem als nächstes Besuch kannst du mir eine Eisenrüstung machen ich lass mal die Schuhe weil die Schuhe sind sehr wichtig die können uns sehr nützlich sein ich such grad weiter nach Dias ich hab gar nicht mal was zu essen ich hab nur noch ein ich hab doch ein drei Karotten ich suche weiter nach Dias ich habe jetzt keine Zeit ich bin immer noch mitten im Projekt und ich habe nein, nein, nein du gehst bitte raus nein wer? mein Vater ich möchte nicht ich esse das nicht danke also ich sag allen ich mach ein großes Projekt und alle kommen sie rein typisch das machen die extra ja, ich glaub auch die wollen nicht verarschen die wollen im Video sein ne, ich bin im Video scheiß ich hab die einfach nicht gehört hat doch nichts gesagt ich bin auch richtig gespannt für die Folgen und ne, wenn du nimmst Brötchen, klar ich hab Labahöhle gefunden ich hab, ich hab Höhle gefunden ich auch ich komm in den Club alter das ist doch keine große Höhle oder? ich brauch noch was ich hab Wasser ja, komm nice ähm, kannst du mir mal ne Eisenrüstung machen komplett alles komplett ich hab Labahs ja, endlich oh, ich hab lieber nicht mit dein Labahs ab wieso alles komplett wo heißt es nicht? so heißt es nicht? ah, alles komplett oh nee kennst du dich? ja von Drop von J2B das ist doch von Drop oder nicht drop der nämlich der Döner, den kenne ich persönlich ja ne, ist wirklich so äh, der wohnt, ich würde, der wohnt in Berlin und zwar ich fahre jeden Sommer nach Kroatien und da ist der mitgekommen und ja, da hab ich ihn kennengelernt und euch hat den Gang gefunden wieder und mit dem hab ich Beats gemacht und hab mit dem gerappt und so das war richtig geil ja, ohne Spaß nicht wirklich cool das haben wir jetzt was Neues dazu gelernt haha ich kenne die Leute ich kann euch heute Autogramme besorgen nehm haha, persönlich also du fährst ja immer nach Berlin, oder? ja klar, kein Ding oder komm mal nach Hafenstall oder so du fährst immer nach Berlin? krass nein ich will auch mal gern nach Berlin mit denen hm leider hab ich doch das ist das ist weit zu weg für mich ja stimmt, du bist ja nicht so nah dran stimmt, leider ein Schaden bei mir ist das ne Stunde und dann bin ich nicht da bei mir dauert das über 4 Stunden das will ich ja nicht also komm einfach mein Gang lang wenn du Wasser drohst ich bin ja schon in die Redstone kann man immer gebrauchen, aber nicht mehr da oh oh lass denn Lava ich brauche sie ab ich weiß wie immer wo du gehst alter ich hab Lava ist nicht ja, hast du? ja pass auf ich liess ne Lava Hülle warte pass auf warte ich baue jetzt ab oh Gott pass nicht ne ich weiß nicht ich weiß nicht die Lava Hülle ist ja mini ich kacke jetzt ich hab einfach so viel Kienstein jetzt müssten die einfach Padex und Giga so von hinten kommen und so richtig in den Arsch das wäre so eklig ja die wissen ja nicht die wissen ja nicht die wissen ja nicht ah ok kommt auch mal warte ich erst kurz sollte ich mal wieder zurückziehen oh fuck jetzt kann man auch mal endlich freuen ich hab Lava gefunden nein darf es Bauchmann an du weißt was Lava ist sehr wichtig naja wie ist das mal hier leute ich ein Brötchen ja und das geht ja aber wir müssen gleich voll gewählen ne 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 ich möchte es mal ich bin sprinnt weil ich so viel Hunger ja das wäre so dumm ich bin zu machen das gute daran ist wir haben viel gefreut Alter dieses scheiß Lava Lava ist geil weil ich so heiße es nicht wahrs nein nein stirb nicht was war das grad du wirst es in meiner Aufnahme sehen alter was denn ich bin eigentlich in die Lava gefallen aber wurde wieder rausgepackt oh alter ich dachte schon ich mach dir mal Rüstung ja und mach mir auch gleich viel fuck fuck ok und dann holen wir mal das Obsidian damit wir uns einen Verzaubungstisch machen können und dann würde ich sagen gehen wir in die Mitte oder da ich glaube die wurde schon gedutet nein wir können dann in den Lava und Lava fahren nein das heißt echt weil das müssen wir machen irgendwann unser Eis geht lang immer aus also würde ich sagen jetzt machen wir vor die Anderen es machen ähm sonst sind wir besser dran ja ich würde das mal dir aus abbauen mit der Spiel ich bin mit dieser mit diesen Schuhen richtig schnell Flash also ich geb dir mal Rüstung also ich geb dir mal Rüstung wo denn ich hab Wasser möglicherweise Wasser das ist super weil mit Wasser können wir uns ein paar weiter leichter fortbewegen das stimmt aber ich dachte schon sterben das wäre so scheiße sehr richtig scheiße ja ich hab Obsidian die Rüstung ich hab noch nicht alles aber ich hab noch nie Ah! Gegner! Gegner! so ich treppe äh loi loi ey rapa was passiert ist wenn ich gelaufen bin sehe ich alles von unten von oben dieser X-ray Back oh geil oh geil in dem schon 10 Minuten auf Jungs also wir sehen uns dann nächstes Mal wieder und haut rein und auf Wiedersehen und schau Tschüss